Viele Frauen sind beim Sex schüchtern und still, die sind dann ziemlich schwer zu verwöhnen. Du bist endlich mal ne Frau, die sagt, was sie will. Es gibt da nur ein kleines Problem. Oh Baby Muschel, nicht beim Dirty Talk. Was genau willst du, dass ich's wo besorg? Sind wir noch beim Vorspiel oder kommst du schon? Es fehlt dir nicht an Geilheit, es fehlt an Artikulation. Was soll das heißen? So süß ich am Nabel. Aus meiner Erektion machst du den Turm von Babel. Meinst du zart oder hart? Wenig oder viel? Hey, es ist kein Sex mehr, Baby. Das ist ein Ratespiel. Oh Baby Muschel, nicht beim Dirty Talk. Was genau willst du, dass ich's wo besorg? Mir kommt die Geduld mit dir so langsam abhanden. Ich fühl mich wie Siri. Ich hab sie leider nicht verstanden. Bei anderen brauche ich Viagra, damit was geht. Bei dir bräuchte ich nur ein Hörgerät. Aber das Schlimmste daran, das irritiert mich komplett. Schließe ich die Augen, hört sich's an wie mit Til Schweiger im Bett. Und es ist nicht schön. Oh Baby Muschel, nicht beim Dirty Talk. Was genau willst du, dass ich's wo besorg? Ich mach doch alles mit! Ey, ich find ja alles toll! Ich bräuchte nur ne Info, wo ich anfangen soll. Oh, jetzt wird's endlich. Plötzlich verständlich. Ach so, du willst heut nur kuscheln. Ist doch okay Baby. Aber hör auf zu nuscheln! Michael Krebs! Michael Krebs! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020